Stell dir vor, du müsstest einem Außerirdischen etwas über die Entwicklung des Menschen auf der Erde erzählen. Könntest du das? Könntest du seine Fragen beantworten? Seit wann gibt es eigentlich Menschen? Wo auf der Erde haben die ersten Menschen gelebt? Wann haben sie begonnen, die ganze Erde zu besiedeln? Auf diese Fragen möchte ich dir in diesem Video antworten. Ich werde dir die wichtigsten Vorfahren des heute lebenden Menschen vorstellen. Außerdem werde ich dir einen möglichen Stammbaum des Menschen präsentieren. Die Vorfahren des Menschen haben sich aus affenähnlichen Lebewesen entwickelt. Das entscheidende Merkmal, um ein Lebewesen den Vorfahren des Menschen zuzuordnen, ist der aufrechte Gang. Wissenschaftler versuchen, die Entwicklung des Menschen mithilfe von gefundenen Fossilien nachzuvollziehen. Die Funde reichen aber bisher nicht aus, um die Entwicklung und Verbreitung... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com 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 www.sofatutor.com